Ich bräuchte eigentlich ganz dringend ein Bauarbeiterbuch und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Friends mit mir, dem Thorsten. Ja, was ein heftig geiler Pass, muss ich mal so sagen, aber nicht hier in diesem Dorf, denn in dem Dorf hier glaubt man nicht, dass ich hier unterbeschäftigt bin oder so. Hier laufen immer sechs Bauarbeiter, ich hätte fast gesagt am Stück, aber ich würde ganz gerne mit dem nächsten Bauarbeiterbuch wirklich das Pet House fertig machen. Also jetzt nicht hier die paar Tage, die lassen wir noch durchlaufen, aber danach hätte ich das Pet House ganz gerne komplett. Das Elex dafür habe ich in jedem Fall in Form von Runen und ich glaube das kostete ja Runen, naja das kostete glaube ich Runen, nicht Runen, Elixir, entschuldigt bitte. Und, ähm, denn ich würde ganz gerne anfangen die Pets zu leveln, aber ich weiß im Moment auch nicht, welchen Helden leveln wir als nächstes weiter. Nehmen wir den Grand Warden erst auf 60 oder nehmen wir erst den King auf 60, ich hätte beides. Und ich habe auch ein Heldenbuch mittlerweile, zweite Heldenbuch, ähm, bekäme ich hier noch aus der, aus den Weekly Deals, das habe ich mir noch nicht geholt, weil ich noch eins habe aus dem Pass. Und klar hätte ich hier natürlich auch ein Bauarbeiterbuch, aber das coole ist eigentlich, dass ich den Pass schon fertig habe, schon seit gestern irgendwann, ihr sicherlich auch, aber gut war natürlich, dass man die 200 Punkte zu Anfang drauf bekommen hat. Und, ähm, brauchte jetzt nicht mehr so viel in den Pass investieren und die Perks sind auch schon nett gefüllt, also viel geht nicht mehr, ähm, und, äh, von daher gab es aber hier, glaube ich auch, gab es hier ein, ein Buch, ähm, ein Buch, ein Buch, ein Buch, ein Buch, ein Buch, ja, hier gab es auch schon ein Buch, aber das habe ich auch schon genutzt gehabt. Ich glaube für den, wenn ich mich nicht irre, für den Monolithen und, ähm, kann mir, glaube ich, auch irgendwann morgen mal wieder einen Hammer holen, hier der Helden ein zumindest und dann vielleicht noch wieder eine Bilder-Potion mal sehen. Aber hier bin ich in jedem Fall gut ausgelastet und wie gesagt, der Pass ist für mich hier Geschichte. Ich gehe auf folgende Sache gar nicht ein heute, nur dass ihr es wisst. Ähm, es gibt natürlich hier, ähm, im Moment den kleinen Mini-Hype um die Bilder-Base, also, äh, what's next for the Bilder-Base, gibt es mittlerweile auch in Deutsch und, ähm, man macht sich also Gedanken dort, so ein komplettes Re-Work zu nehmen. Was die Bauarbeiter-Basis angeht, finde ich auch ganz gut. Wie attraktiv ich das jetzt finde oder wie unattraktiv ich das nach wie vor finde, ähm, sei mal dahingestellt. Ähm, ich fand's eigentlich schon erschreckend, dass, ähm, um Supercell mit der Clan-Stadt eigentlich auch Clan-Stadt, ähm, Raids mitgegeben hat, aber in der Bauarbeiter-Basis wir immer noch dieses Visus-Gegen-Visus-Battlen haben, also eins gegen eins und irgendwie nichts mit dem Clan dort großartig tun können. Und, ähm, da hat's, das hat mir, das hat mich eigentlich gewundert, als die Clan-Stadt mit reinkam, ich meine, mittlerweile spiele ich sie ja, äh, eigentlich auch ganz gerne. Und, ähm, wollte aber hier gar nicht drauf eingehen, denn, ähm, zu meiner Verwunderung gibt es immer mal wieder Sachen, die ich hier noch nicht gesehen habe in Clash of Clans. Also, ich meine, ich spiele jetzt zehn Jahre, ich gehe ins elfte Jahr und hab natürlich, natürlich immer noch nicht alles gesehen. Und, ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich fange mal neu an, um mal zu gucken, ja, wie schnell das geht, wie anders das eigentlich sich anfühlt und, ähm, wie effektiv es geht, wie fix bin ich auf Rathaus 11. Ja, also machen wir mal einen kurzen Schnipser in das neue Dorf. Hier haben wir es auch schon, das neue Dorf, welcome back chief. Ja, ich habe die notwendigsten Sachen erstmal gemacht, ist klar. Die notwendigste Sache dieser Welt ist, dass wir Kobolder haben. Dass wir Kobolder haben und, ähm, bis dahin kann man die Kaserne, glaube ich, auch nur ausbauen. Auf der Rathausstufe 2 haben wir hier im Moment. Und, ähm, was mir hier aufgefallen ist im Tutorial, also wenn das Spiel startet, konnte man früher, das habe ich so ein bisschen als Unterschied mitgenommen, konnte man früher fünf, hatte man glaube ich fünf, fünf, fünf Magier. Und da, du brauchst es aber nur ein oder zwei oder maximal drei, um die kleine Kanone da wegzumachen. Und hat es dann schon als, ich nenne es mal so, low level, plötzlich den ein oder anderen Magier hier auf dem Feld. Und, äh, das ist mir aufgefallen. Ansonsten ist das genauso geblieben wie bisher. Die Bauzeiten sind natürlich dementsprechend angepasst an Rathaus Level 15. Das heißt, alles was unter 15 ist, wurde weniger. Und, äh, dementsprechend drückt sich das natürlich bis hier unten hin rein. Klar gibt es viel zu tun. Aber ich habe es mal wieder gemacht, um zu sehen, wie ist eigentlich der Fortschritt hier. Und eine Sache ist mir dann plötzlich aufgefallen, tatsächlich plötzlich aufgefallen. Oh, ich habe, ich habe, ich habe so wenig Elex. Ich kann gar keine Truppen bauen. Ja, ist klar, Toto. Okay. Habe ich echt verpeilt, dass das natürlich abgeschafft ist. Das sieht echt wirklich merkwürdig im Moment aus. Ähm, dass hier noch alles so, so ultra frei ist. Und, ähm, Boost Army, Boost Heroes. Das Boost Heroes könnte man sich hier natürlich auch erstmal schenken, weil ich noch gar keine Helden habe. Später, wenn man die Helden auf Max hat, dann entfallen diese Schaltflächen hier auch, weil man auch nichts mehr boosten kann, was sowieso schon Max ist. Und da klingelte wieder das Telefon. Ja, es sieht im Moment sehr, sehr merkwürdig aus. Aber ich habe natürlich verpeilt, dass wir hier gar kein Elex mehr brauchen. Und klar, brauchen wir keinen Elex mehr. Wir können die Mauren im Moment auch nicht machen, glaube ich. Die kann man erst eine Rathaus-Level-Stufe mehr machen. Und das Gute, der gute Tippgeber hier ist natürlich auch am Start. Archer Tower, ich glaube, den machen wir als erstes, damit wir hier die 2000 Gold so ein bisschen loswerden. Erstmal, denn klar, das Farm geht hier natürlich fürchterlich schnell. Und ja, das ist wirklich der heftigste Pass, den ich bisher gesehen habe. Und das ist auch genau das, was ich noch nicht kannte, weil ich habe das noch nicht gesehen gehabt hier. Ich war noch nicht jetzt in der Not und das gibt es ja wirklich schon sehr, sehr lange hier. Bestimmt schon eineinhalb Jahre oder so. Und habe das trotzdem noch nie gesehen und wollte das jetzt einfach mal sehen. Also es gibt hier jetzt schon aktive Challenges. Ich habe auch schon welche abgeschlossen. Die sieht man hier allerdings leider nicht. Aber ich habe schon welche abgeschlossen. Und die deckeln sich so ein bisschen mit dem, was man hier in den Errungenschaften hatte. Ja, also wenn man hier in die Errungenschaften reinguckt, dann habe ich ja schon mein Goldlager auf Level X, auf Level 2. Und dafür gab es dann einen Punkt. Und genau das gleiche gab es dann hier auch als Kachel oder als Challenge hier drin. Und finde ich wirklich, wirklich gut. Fünf Archivments von mir Profile. Und das ist auch alles, was es unheimlich, ich finde es, unheimlich motivierend. Wir haben da die Tage auch im Chat schon drüber gesprochen. Es ist unheimlich motivierend, so zu starten. Ihr könnt euch sicherlich alle ein bisschen zurückerinnern, wann ihr gestartet seid. Wie, wie, ach, das war wie, wie es so gar nichts gab. Ja, es gab nur dich und dein Dorf. Es gab nur dich und dein Dorf. Und du hast ganz, ganz schnell versucht, irgendwie die Klanburg aufzubauen, damit du mit deinen Freunden in den Clan spielen konntest. Und ihr konntet dann, wenn es das schon gab, die ersten Kriege spielen. Aber dieses hier ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Normale Sachen hier. Bilder zerstören, sieben Sterne machen, obwohl ich eben schon Sterne gemacht habe. Ich habe eigentlich schon Sterne gemacht. Oder sind das Sterne über den Sternen hier? Ich habe eigentlich schon Sterne gemacht. Ne, das sind Sterne über den Sternen. Obwohl doch, ich habe schon 32 Pokale gemacht und habe eigentlich auch schon Sterne gemacht. Da, drei Stück. Es wundert mich jetzt gerade, warum das nicht gezählt hat. Es kann aber auch sein, ich hatte gar keine 15 Archer. Kann das sein, dass ich... Ah, jetzt habe ich immer 15, 15. Ja, okay. Es kann sein, dass ich gerade 15 gesetzt hatte. Ich meine, das kann man ja nachgucken. Ne, ich habe nur 8 gesetzt. Okay, ja, toll. Okay, hätte man vorher daran gedenken können. Aber der Pass geht hier bis... Man höre und staune. Nicht 2.600. Nein, der geht bis 5.000. Und das finde ich wirklich krass motivierend. Also dieser Pass hier gefällt mir. Okay, ich kann natürlich nicht sagen, gefällt mir besser als der Goldpass. Weil der ist ja noch angepasst hier an meine Rathausstufe. Das heißt also mit so Heldenbüchern und so brauche ich hier noch gar nichts haben. Aber es gibt hier die ersten Gems. Denn ihr wisst ja, gerade zu Anfang hat man davon ja nicht so viele. Man kauft die zweite Hütte und spart jetzt erstmal auf die dritte Hütte. Die dritte Hütte kostet 500. Die nächste 1000 und die fünfte dann 2000. Und das ist eigentlich immer tatsächlich mein Ziel. Weil das erreicht man. Das erreicht man irgendwann. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Totoko sucht doch gar nicht da. Macht doch gleich die Spielchen hier. Ja, ich kann aber im Moment nur die Kobalt-Missionen machen. Also die könnte ich machen hier für 1.500. Es ist jetzt auch nicht wirklich schwierig. Ja, ich meine, wer schon mal gespielt hat, der kennt das ja hier. Und jetzt wird es doch schwierig, oder? Ne, wird nicht schwierig. Und dennoch dauert es halt, bis du in diese anderen Challenges reinkommst, in die Trainings. Da bekommst du natürlich richtig Loot. Da müssen deine Lager, die sind dann so ultraschnell voll. Und du kannst nichts ausgeben. Aber irgendwann ab Ratus Level 3 können wir die Mauren auch weitermachen. Aber auch das geht ja fürchterlich schnell. Und, ähm, aber hier müssen wir eben nachbauen, sodass wir auch mal, siehst du, jetzt haben wir nämlich auch wieder keine 15. Das ist das Doofe hier. Das ist das Doofe, weil wir wollen ja jetzt auch ein paar Pokale mal machen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 15. Im Moment können wir nur 15 machen. Und, ähm, das finde ich eigentlich gerade so ein bisschen, äh, nicht, nicht, nicht unspannend. Aber ich finde es ganz, ganz okay. Okay, wir nehmen immer das hier. Und ich würde sagen, wir nehmen auch eine Defense dabei. Zwei Minuten. Wieso habe ich keinen Bauarbeiter? Achso, oh ja, ich habe ja den hier eben angestoßen. Alles klar. Okay. Es gibt natürlich nette Paketchen hier. Ähm, habe ich eben noch ganz vergessen, als ich auf dem großen Account war. Ähm, ja. Es gibt natürlich hier, ähm, ach nee, hier, hier gibt es das gar nicht. Ich muss leider nochmal zurückspringen. Aber wir bleiben hier mal so ein bisschen am Ball. Und, ähm, ist ja ganz interessant. Vielleicht finde ich hier doch noch was anderes raus, was es hier dann nochmal, nochmal wieder anders gibt. Aber ich finde es sehr, sehr entspannt hier jetzt gerade zu starten. Also, nicht mehr so, wie gesagt, ich und mein Dorf und nach uns die Sintflut. Sondern, ähm, und man muss ja auch nicht mehr rechnen hier, wie viel Elex habe ich. Kann ich überhaupt noch ein paar Bogenschütze machen? Früher konnte ich keine Bogenschütze mehr machen, weil ich nicht genug Elex hatte. Habe ich also nur mit Barbaren angegriffen und so ist ja alles weg. Äh, da muss man auch erstmal dran denken. Und es kann ja nur voller werden hier. Mit richtig viel Elex mache ich das Dorf natürlich einmal komplett frei. Bis auf diesen Stein, den lasse ich immer. Fragt mich nicht, warum, das ist so ein Spiel bei mir. Äh, den Stein lasse ich immer stehen. Alles andere baue ich immer ganz brav ab. Und dann kann das hier wachsen und gedeihen, so ein Dorf hier. Ähm, sieht natürlich erstmal so ein bisschen unmöglich aus. Irgendwie so, so unfertig wie so ein, wie so ein Spieler, der angefangen hat und jetzt sofort wieder aufgehört hat. Wollte aber nochmal rein hier in den Shop. Ja und hier gibt es natürlich das gute Book of Building. Genau das, was ich brauche. 4,99 ist sogar günstig. Ist sogar sehr günstig. Denn, ähm, also mit den, vor allen Dingen mit den drei Trainingsträngen, die fressen alleine schon 125, ne 75 Gems im Normalfall. Also wenn du sie beim freundlichen um die Ecke kaufst und das, äh, das Baubuch kostet 925, sind also 1000 Gems. Eigentlich, ich nenne es mal so für 4,99. Du bekommst hier 1200 für 11,99. Das ist also, ähm, ja, früher, früher war es tatsächlich das Dreifache. Aber, ähm, das lohnt sich in jedem Fall, dieses Angebot. Und es lohnt sich auch gegenüber dem Angebot hier. Also dann nehme ich dieses lieber nicht für 925, wenn ich für, ja, für 4,99 eigentlich schon 1000 Gems bekomme. Und mir noch ein bisschen mehr leisten kann, beziehungsweise noch ein paar Tränke dabei bekomme. Aber ich könnte es wirklich gut gebrauchen. Wie lange läuft das? Wie lange muss ich das ertragen? Okay, ein Tag 18. Ich bin mal gespannt, wie lange ich Stand halte. Das für 2,49 ist auch interessant. Ja, Bilderbücher oder Bilderpotions. Ja, die brauche ich. Alles, ich brauche eigentlich alles dringend hier. Ähm, aber egal. Ich habe es übrigens tatsächlich verpasst, mir das Unibuch zu kaufen. Es gab ja am Singles Day das Unibuch und ich habe es versäumt, mir das scheiß Unibuch zu kaufen. Das ärgert mich maßlos. Wer eins über hat, dem kaufe ich das gerne ab. Okay, ich hoffe, die Folge über den Pass hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also, hier haben wir den fertig und im neuen Dorf. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber ich finde es schon krass, bis auf 5000 Punkte dort. Und der Fortschritt ist viel, viel smoother, viel, viel eleganter. Es macht unheimlich Bock, auf dem Tablet zu bleiben und den Account fertig zu spielen, sage ich mal. Bis du das Update wieder machen kannst auf dem Rathaus. Und da bleibe ich auf jeden Fall mit euch ein bisschen am Ball, wenn euch das ein bisschen gefällt. Muss euch nicht so gut gefallen. Vielleicht habt ihr auch einen neuen Account eingefangen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und am Kanal dranbleiben. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Klatscht. Untertitelung. BR 2018